Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Podcast VOTD, Value of the Day Podcast, der Podcast mit Mehrwert. Omar, ich erinnere mich noch, dass du mir gesagt hast, noch vor ein paar Jahren, du wirst noch sehen, weil damals hast du mir erzählt, dass diese ganzen Großhändler und Einzelhändler und so weiter und so fort, Metro und auch andere, dich angesprochen haben wegen Hallelfleisch, weil du hast ja auch Kontakte mit denen, du bist ja auch Kunde bei vielen und so weiter und so fort und du hast ja mit diesen ganzen Managern und so zu tun und dann haben die mit dir darüber geredet und du meinst zu mir, warte ab, das kommt auf jeden Fall noch und was schon längst in England und in anderen Ländern Europas oder im Westen schon eingetroffen ist, kommt jetzt oder ist jetzt in Deutschland angekommen, dass so Discounter und auch normale Einzelhandelsläden, Lebensmittelgeschäfte und so weiter, dass die Hallelfleisch-Produkte verkaufen. Was hättest du davon? Ja, das ist ja, ich bin ja, ist ja mein tägliches Thema, alle in Hallelfleisch, wir sind ja seit Jahren dabei und ich habe das schon früh kommen sehen, die haben es natürlich einmal versucht, dann war ein bisschen Propaganda dagegen. Echt? Wann haben die es versucht? Ja, ja, die haben es versucht vor acht Jahren, neun Jahren. Ich glaube, Edeka war das, die machen doch immer so Themen, egal, ne? Asia, Orient, also dann gehst du türkisch und dann war eine so eine kleine Theke Hallelfleisch und darüber haben sich dann ein paar Leute drüber aufgeregt, ein bisschen Shitstorm haben die. Medial und so auch. Ja, ja, ein bisschen ganz klein und dann haben die es direkt wieder runtergenommen. Aber das war damals schon klar. Damals war denen noch nicht klar, also denen, also diese ganzen, aus dem Einzelhandel, ne? Ja. Aus der ganzen Lebensmittelindustrie, denen war noch nicht klar, wie groß das Thema Hallel wird. Die hatten zur letzten Zeit noch darauf verzichten können. Und als die türkischen Supermärkte irgendwann mal nicht mehr, nur noch nicht mehr türkische Supermärkte waren, wie damals. Damals bist du zum türkischen Supermarkt gegangen, hast dein Obst gekauft, dein Gemüse oder es gab manche, die hatten nur Fleisch. Das ist ja nur dein Hallelfleisch, hast du mal gekauft. Deine Hallelmetzgerei da. Dann bist du zu Lidl gegangen oder du bist zu Aldi gegangen oder zu Rewe, zu Edeka. Ja. Das Problem ist jetzt für die Lebensmittelindustrie, die deutsche Lebensmittelindustrie, dass die türkischen Supermärkte, mittlerweile auch arabischen Supermärkte, aussehen wie Edeka. Das heißt, du kriegst da mittlerweile dein Mehl, du kriegst dein Öl, du kriegst deinen Zucker, du kriegst alle Artikel, die du bei… Zu guten Preisen auch. Genau. Na, da ist nochmal ein Unterschied. Der Türke, Bruder, der geht beim Türken einkaufen, der guckt nicht so viel auf die Preise. Also auch wenn der weiß, der fährt jetzt zu Aldi, kostet 30 Cent weniger, 8 Cent, 1 Euro weniger, der kauft trotzdem da. Erstens aus Stolz. Und zweitens auch aus Bequemlichkeit. Genau. Und zweitens aus Bewegung. Der fährt jetzt nicht noch dahin und dahin und dahin. Früher musste er. Würde ich auch nicht, aber… Früher musste er. Ja. Jetzt musste er nicht mehr. Aber gleichzeitig ist auch noch dieser Nationalstolz da und ah, ich unterstütze hier einen Bruder, ich unterstütze hier einen Landsmann. Und wenn man diese Leute ja nicht unterstützt, dann gibt es ja sowas nicht. Ja. Wenn wir jetzt da Preis-Dumping anfangen. Weißt du, dass in meiner Stadt, in Leverkusen, einer ist, der ist Deutscher, hat aber ein türkisches Ladenkonzept gemacht, direkt relativ zentral. Genau wie du sagst, nach dem Vorbild von deutschem, sage ich mal, Lebensmittelgeschäft und so weiter und so fort. Mit der gleichen Genauigkeit, nur Mitarbeiter sind fast alle Araber oder Türken. Er ist halt deutsch und die Produkte sind halt einfach alles türkisch, aber diese Ordentlichkeit und diese Anordnung und so weiter und so fort ist perfekt wie in diesem Anladen. Und diese ganzen Karabak, ich weiß gar nicht, wie die türkischen Supermärkte heißen, aber weil du da reingehst, ist halt wie Edeka, du kriegst alle deine Produkte, die du benötigst für zu Hause, kriegst du alles da. Das heißt, die gehen nicht mehr dahin. Und die Lebensmittelindustrie. Die verliert dann Kunden. Die haben die ja verloren. Ja. Und guck mal, wann die jetzt aufgewacht sind. Was heißt aufgewacht? Die haben es, das ist ja ein richtiger Kampf, ne? Also die Lebensmittelindustrie, diese ganze Lidl, Aldi, kannst du dir mal ein paar Statistiken angucken? Das ist ein richtiger Kampf, Bruder. Ja. Weil überall siehst du ein Rewe, oder? Heutzutage. Überall, ja. Überall, Lidl, Rewe. Die haben das sogar auch so privatisiert, dass du dein Rewe dann mit deinem Nachnamen, die sind so Rewe und so. Ja, das sind Kaufleute. Es gibt Kaufleute und es gibt Rewe, die hat eigene Läden. Ja. Und wenn du Kaufmann bist, dann steht da zum Beispiel nur. Rewe nur oder Rewe Säck. Ja. Dann kannst du darunter diesen Zusatz. Und als Kaufmann hast du eine Art wie, ist das so wie Franchise? Ja, so ähnlich. So ähnlich, ja. So ähnlich, ist halt ein Filialsystem, nennt man das. Es gibt Franchise, es gibt ein Filialsystem, so. Aber ist so ähnlich, nur ein bisschen versteckt, ne? Weil die dann anders, die können denen nochmal andere Vorschriften machen als im Franchise. Im Franchise bist du ein bisschen, du kannst schon viel diktieren, aber nicht alles. Und so kannst du denen halt alles diktieren. Und die sind zum Beispiel so, und das ist auch ein springender Punkt, gut, dass du ansprichst. Und die Kaufleute können auch eigene Produkte verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe jetzt Hallel-Bacon, dann kann der Kaufmann sagen, okay, ich liste das. So. Und dadurch haben natürlich auch dann das Sortiment, der eine hat das Sortiment, der andere hat das Sortiment. Kommen wir zurück zum Punkt. Nachdem die gemerkt haben, weil das ist ja viel Zahlen, Daten, Fakten. Die haben gemerkt, oh, wir verlieren hier sehr viel Geld. Nicht Kundschaft. Nicht Migranten. Schauen wir uns das Geld am Ende an, ja. Nicht Leute, die Hallel essen. Oh, wir müssen auch an die Muslime denken. In Deutschland gilt ja Religionsfreiheit. Da denkt keiner dran an. Bruder, null. Ich bin doch hinter den Kulissen, Mann. Juckt kein Mensch. Als sie die Zahlen gesehen haben, hat nur noch gefehlt, dass sie konvertieren. Oder hat nur noch gefehlt, dass sie sagt, Asshadullah, Allah, 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 Allah. Hat weh getan, ne? Bruder, ich hätte mich nicht gewundert, hätte er konvertiert, hätte er mit mir direkt Sujud gemacht. Hätte ich mich nicht gewundert, Bruder. Warum? Bruder, das hat gefehlt, Bruder. Danach war plötzlich alles weg. Diese ganze Abneigung und so, ne? Abneigung und Presse, Medien. Bruder, das hat keinen Menschen mehr interessiert. Interessiert nicht mehr. Null. Ja, und dann... Weil es sind Millionen Geschäfte. Milliarden, Bruder, Billionen. Billionen, Milliarden weltweit. Weltweit, ja. Also wenn wir die Halalindustrie sehen, ne? Also was heißt mit Halal, hatten wir einmal, ne? Halal Tourismus, Halal Food, Schminke, alles mittlerweile. Wenn wir alles in diese Richtung gehen, ich kann mal gleich ein paar Zahlen raussuchen, ne? Ja. Dann kann ich ja mal sagen, das sind wirklich krasse Zahlen. Aber das war für die nie so ein großes Thema. Aber wenn wir überlegen, Deutschland, kann man rechnen, ich bin mir auch ziemlich sicher, das ist 10% Muslime in Deutschland. Circa, ja. Sag ich, das ist meine Aussage. Es gibt ja keine, das ist ja nicht verifiziert, aber ich sag meine Aussage, ich glaube nicht, dass es 5 Millionen sind. Sie sagen 5 bis 6. Aber seit ich lebe sind es 5 Millionen. Soll ich was sagen? Und die ganzen Syrer, die dazu gekommen sind. Und Iraker und wer auch Marokkaner und wer auch immer. Aber ich sag dir eine Sache, das Problem ist in Deutschland halt einfach, dass Deutschland keine Statistik führt darüber, wie die Religionszugehörigkeit ist. Es gibt keine offizielle Statistik darüber. Nur wenn irgendwo was passiert, dann weiß man, dass es Muslim ist. Ja, genau. Hat immer seinen Ausweis dabei und der ist in der Statistik aufgeführt. Nur bei Juden weiß man das relativ genau, weil bei denen das geführt wird, aber nicht vom Staat, sondern vom Zentralrat. Wir sind auch sehr, sehr wenige. Es sind glaube ich 100.000 nichtmals in Deutschland. Da weiß man das, aber bei allen anderen weiß man das nicht. Aber ich gebe dir da auch ein bisschen recht. Ich sag dir auch warum. Also warum ich sage, die Indizien sprechen eher dafür. Ja. Weil ich das aus der Wirtschaft sehe, mit dem Wirtschaftsauge. Ja. Ich weiß, wann die reagieren. Die reagieren nicht. So ab 10, wenn es so 8 Millionen, 10 Millionen sind. Ja. Wie ich gesagt habe, dann Schahada. Dann sind die dabei, Bruder. In dem Club. Ja. Wir gucken dann auch Rechtsschule. Ist ja ein großer Teil, ne? Bruder, ja klar. Aber auch nicht alle mussten wir praktizieren. Ja, aber guck mal. Aber es geht. Ja, aber Bruder, auch Muslime, die nicht praktizieren, dieses Halal ist immer ein Thema. Wie viele kennst du? Da würde er kaufen, wenn es Halal ist, wenn es nicht Halal ist. Bruder, jeder kennt das doch, Bruder. Der sitzt in der Spielothek. Ja. Der zockt auf Jackie Coke. Der ist besoffen. Ja. Der Typ bringt denen aus Höflichkeit eine Schachtel Haribo. Und der fragt, Bruder, ist da Gelatine drin? Das ist doch für Leute. Ja, aber das ist diese, was ich damit erzählen will, auch wenn die gar nichts machen, Bruder. Das hat schon... Genau, dieses Halal, deswegen ist das doch so interessant für die. Wenn du jetzt nur die hättest, die jetzt darauf Wert legen, dass es nur Praktizierende sind und so, dann wäre die Zahl eine andere. Aber Problem bei Halal, Bruder, ich weiß nicht, wo dieses Phänomen herkommt. Ich finde es auch gut. Ich glaube, das ist so eine Art, ein bisschen noch da, Islam noch da, ein bisschen auch Ekel, denke ich, auch so. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist mehr Kultur. Ich bin mehr der Überzeugung, dass es Kultur ist. Das ist einfach so, ne, mache ich nicht. Wie viele kennst du auch, die machen alles Mögliche, aber fasten. Ja. Wenn sein Fasten kommt, der ist stabil. Deswegen, aber bei Halal ist, Bruder, ich kenne das doch selber bei unseren Läden, Bruder. Ich habe am Anfang, du musst überlegen, wir haben den selber geschlachtet. Jahrelang. Ja. Mit den Rindern, wir haben selber alles gemacht. Ist das nicht viel Arbeit? Brutal viel Arbeit, können wir gleich darauf eingehen. Der kommt rein, Bruder. Ich kenne den, weil er kennt dich persönlich. Nein, Bruder, weil hier ist damals der erste Laden, den wir 2013 aufgemacht haben. Hier ist drei Haas und als wir diese Straße belebt haben, das war eine tote Straße, kam dann Monate später hier Tipico. Ja. Also ein Wett, ein Qemarladen. Ja, wo man zockt. Ja. War hier. Der geht tippen, Bruder, kommt zu mir mit Tippscheinen. Da sind wir wieder da tippen gegangen. Tippscheinen. Bruder, ist Halal? Ich sage, ja, Alhamdulillah, ist Halal und so. Erkläre ihm, Bruder, wir schlachten selber so, weil das für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Wir können diese Wertschöpfungskette nicht aus der Hand geben. Wir machen unsere eigenen Audits. Wir können nicht. Du hast so geredet, der hat in seinem Kopf nur da, 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 da. Nein, in seinem Kopf war nur, wann hört er auf zu reden, dass ich meine Frage stellen kann. Weil ich wusste, wenn ich aufhörte zu reden, wird er mir sagen, wo ist Zertifikat? Weil für die meisten denken, war Zertifikat. Genau, aber wir haben nie mit Zertifikaten gearbeitet, weil wir haben es ja selber gemacht. Wir haben ja selber die Autos gemacht. Weil Zertifikat, die meisten Zertifikate ist, also meistens, aus Malaysia, Indonesien. Du gehst nach hinten, das Ding ist halb verstaubt. So, du weißt gar nicht, was da ist. Der hat wieder die Produktion gesehen. Wenn er die Produktion gesehen hat, hat er nur das Fleisch gesehen. Der hat wieder die Schlachtung gesehen. Wenn er die Schlachtung gesehen hat, hat er nicht die Verarbeitung gesehen. Genau, weil viele wissen nicht ganz kurz, was ich dazu sagen soll. Die Sache ist die, bei Halal ist ja nicht nur, dass das Tier dann einfach halal geschlachtet ist, sondern auch zum Beispiel, dass das Halalfleisch nicht aufbewahrt wird mit Nicht-Halalfleisch zum Beispiel und nicht mit Nicht-Halal-Substanzen, dass das nicht inkontaminiert wird, das Fleisch. Dass zum Beispiel, dass du durch einen Fleischwolf gehst, wo vorher zum Beispiel Schweinefleisch durchgegangen ist oder Nicht-Halalfleisch durchgegangen ist, dann wird das Fleisch kontaminiert und dadurch wird das also verschmutzt und kommt in Berührung von Nicht-Halal-Produkten. Und Nicht-Halalfleisch und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Genau und die Leute, und da habe ich halt gemerkt, okay, dieses Thema Halal ist sehr, sehr präsent. Und genau aus diesen Gründen, zum Beispiel hat dann damals Wiesenhof entschieden, Halal-Ware anzubieten. Also da ist hinten ein Halal-Stempel drauf. Halal-Stempel, genau. Wie die Schlachtung ist, Hörensagen jetzt, das Hörensagen. Ich habe das nicht mit meinen Augen gesehen. Alles andere kann ich sagen, ob das Hörensagen ist. Man fragt dann einen da, okay, der irgendwie sich türkisch, marokkanisch, arabisch, Migrant anhört und dann gibt es dann einen Knopf, den drückst du dann drauf und das ist so ein Messer, was dann durch die ganze... Also die Hühner sind so aufgehangen und das geht dann komplett... Und so eine Maschine. Genau, das geht dann so komplett durch. Das heißt, sehr klar kannst du da hingehen, drück auf den Knopf. Das ist Hörensagen. Dann frage ich dich eine Frage jetzt. Was ich gehört habe. Das heißt also, ein Tier kann sein, dass das in der Brust geschnitten wird, weil die sind ja nicht alle gleich groß. Nee, das ist schon gut gemacht. Echt? Ja, ja, das ist schon gut gemacht. Nur meine Frage, um es zu verstehen. Nein, nein, das ist schon gut gemacht. Bismillah und dann geht es ab. Wenn er bis... Ich weiß es, also so soll dieser Ablauf sein bei Wiesenhof. Aber bevor ich mich hier irgendwie strafbar mache oder aus dem Fenster lehne... Das ist nur Hörensagen. Das ist Hörensagen, bitte. Disclaimer, Hörensagen. Dass das Messer so einmal da durchgeht. Ist ja auch industriell sehr, sehr schwer, dass eine einzelne Person das machen, ne? Gibt es. Gibt es? Gibt es. Gibt es. Das habe ich schon mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. In Deutschland darfst du es ja nicht. Ja. Du kannst das Tier... Auch Hühner nicht? Doch, Hühner... Stopp. Hühner müssen durch so ein elektrisches Becken, praktisch so wie Fließbandarbeit, die kommen so elektrische Bettel. In dieses elektrische Becken sind die dann betäubt und dann kommen die raus. Aber ich frage mich jetzt, was ist denn daran tierfreundlich? Oder ist gar nichts tierfreundlich? Und diese Art von Schlachtung, die in Deutschland erlaubt ist, mit Bolzen und so, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Tickwillerei auch. Guck mal, auch diese ganzen, die dagegen vorgehen oder die... Am Ende müssen wir, dürfen wir ja nicht vergessen, damit wir Fleisch essen von einem Tier, muss das Tier sterben. Ja. Wir können uns nicht tot streicheln. Ja. Du kannst es nicht massieren und dann... Ihr alle, die ihr Fleisch esst, alle, eure Tiere wurden getötet. Ja, einer muss... Ganz einfach. Ja, aber das muss man klar in den Augen... Auch diese... Möchte gern Tiermeister, Tierfreunde, die sagen, ja, das Tier... Du hast trotzdem auch ein totes Tier gegessen, das geht durchs Wurde. Da will ich ja gerade darauf hinaus. Und deswegen müssen wir sagen, okay, was ist denn das Beste für das Tier, um diesen Tod zu erleiden? Und dann sind ja hier die ganzen... Oder Europa irgendwann mal dazu gekommen hat und hat gesagt, okay, das ist das Beste für das Tier und für den Menschen. Und das ist ganz klar widerlegt. Wissenschaftlich ganz klar. Ganz klar. Weil durch diese Art von Schlachtung schüttet das Tier ohne Ende Stresshormone aus. Ohne Ende. Das ist dann im Fleisch, was du am Ende isst. Das heißt, das Tier steht ohne Ende unter Stress. Dann wird es geschlachtet. Dann wird das Fleisch verarbeitet und dann isst du das. Ich habe gehört, das blutet dann auch nicht richtig aus, wenn das so mit diesen Bolzen erstmal vorbetäubt wird und dann... Es blutet ja erstmal innerlich. Innerlich. Das heißt, du musst dir vorstellen... Komm, aber lass uns Schritt für Schritt gehen, weil wir sind jetzt gerade abgeschweift. Also, Wiesenhof kam, hat dann irgendwann mal Halal und die haben darauf bestanden, die haben sehr, sehr viel auch medial abbekommen. Auch damals Werder Bremen. Von Nicht-Muslim. Ja, ja, als Werder Bremen, die dann als Trikursponsor genommen hat. Bruder, das ist sowieso auch wieder ein Phänomen bei Muslimen. Wenn das ein Nicht-Muslim macht, ist alles Halal, alles ist korrekt. Macht aber ein Muslim dieses Produkt. Dann kommen sie aus jeder Ecke. Wie hat er das gemacht? Wann hat er das gemacht? Ich weiß nicht, die Leute essen alle Wiesenhof. Ich habe noch nie einen gehört, der fragt. Ich muss gucken. Ja, ich sage, das ist doch das Phänomen. Ich muss gucken. Beweis mir das. Wie machst du das? Wo machst du das? Was sagst du dabei? Wie stehst du? Erklär mal. Nimm das auf. Kann ich mitkommen? Kann ich gucken? So. Aber kommt Wiesenhof, Bruder, wo der Geschäftsführer Thomas Heinz Müller heißt, fragen die nicht. Da freut sich jeder, oder? Wie viele haben sich gefreut? Alle freuen sich. Und dann fressen die das. Und dann essen sie das. Ohne zu fragen. Das ist schon richtig gesagt. Genau. Also. Und dann hat natürlich irgendwann mal jetzt der Bereich des Einzelhandels, des Lebensmitteleinzelhandels, ist sehr hart umkämpft. Boah. Das könntest du dir nicht vorstellen. Du hast ja Einblicke, ne? Ja, ich habe ja Einblicke. Ich kenne auch viele Kaufleute bei Rewe persönlich und auch so. Beschäftige mich viel damit. Bin mit der Metro gut und und und. Ihr habt ja auch eigene Produkte da verkauft. Eure Soßen. Genau, zum Beispiel. Die mit Marc Gebauer. Schöne Grüße an Yusuf. Say, Marc. Oder Yusuf. Er sitzt in Amerika. Auf jeden Fall. Genau. Oder wollte ich auch wissen, wie das so alles da läuft und habe da jetzt auch viel Einblick. Und die haben dann schon gefragt. Weil für die gibt es ja nichts Authentischeres, als wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen. Weil allein unser Logo hat die Emotionen des Vertrauens. Das ist ja elf Jahre Arbeit. Das heißt, wenn wir jetzt, wir waren auch damals die Ersten, die zum Beispiel Bacon gemacht haben auf Burger, Halal Bacon. Musstest du auch unseren Leuten drei Jahre lang erklären. Das ist kein Schwein. Da habe ich mir auch bestellt und gesagt, ja, aber bitte ohne Bacon. Da habe ich mir gefragt, warum? Ich habe gesagt, Bruder, ich esse kein Schwein. Und ich stehe so vor dem. Aber das ist doof. Weißt du, warum das doof ist? Ich erkläre dir, warum das doof ist. Darf ich kurz das? Darf ich dir erklären, warum? Diese Bacon wird doch da gegrillt, auch wo die Patties gegrillt werden, oder? Klar. Das ist doch kontaminiert dann. Ja. Das wird doch dann genau da gegrillt. Wenn das Fleisch wird, dann bist du doch doof. Dann wirst du trotzdem Schwein essen, weil dein Patty mit Schwein doch gemischt wäre. Eine Geschichte, eine, eine, wo ich selber war. Unlogisch. Es gibt eine deutsche Burgerkette. Auch Halal. Also steht auf jeden Fall da. Aber es sind keine Muslime, nix. Ich bin da reingegangen. Weil ich in dieser Stadt war, war nix zu essen. Ich habe geguckt, Halal, okay, gehst du mal probieren. So. Geh rein und sehe Halal, bestelle Barbecue-Burger. Weil ich auf jeden Fall Bacon, weil ich habe gesagt, okay, wir haben Bacon. Das war so vor fünf, sechs Jahren. Weil ich habe gesagt, okay, wir haben Bacon. Mal gucken, welchen Bacon die benutzen. Weil zu der Zeit haben uns alle gefragt, ey, wie macht ihr das mit Bacon? Wo habt ihr Bacon her? Macht ihr aus welchem Bereich vom Rind? Oder macht ihr das mit einem anderen Fleisch? Wir haben es ja am Anfang mit dem Truthahn gemacht. Bruder, ich bestelle. Und dann irgendwas sagt mir, frag nochmal. Weil ich habe keine Muslime gesehen, ne? Nur Deutsche, tätowiert, so. Ja. So, wo eben diese Foodtruck-Generation. So ein bisschen, wie nennt sich das auch, nicht Foodtruck, auch Hipstermäßig. Ja, aber ich nenne die Foodtruck, diese Foodtruck-Style-Typen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, Entschuldigung, Frage noch. Aber das vielleicht ist doch Halal. Meint ihr, ja klar, das vielleicht ist Halal, aber du hast ja Barbecue-Burger bestellt. Sag ich, ja, unser Bacon ist aus Schwein. Dann gucke ich so, alles auf Grill. Schöne Halal habt ihr da. Okay, zurück. Ja, Katastrophe, ja. Da muss man aufpassen, liebe Leute. Ich denke aber, das ist interessant für die Leute. Du kannst ja gleich ein paar islamische Fragen habe ich an dich. Wie viel darf man fragen, ne? Und so kannst du schon mal ein paar Gedanken machen, auf jeden Fall. Und so ist das Thema dann vor Jahren, dann so langsam hat die Lebensmittelindustrie, der Einzelhandel, der hat umkämpft, das hat dann versucht oder sich da langsam so herangetraut. Und jetzt ist es natürlich schon, ne? Jetzt ist es da. Jetzt gibt es wirklich bei Lidl, glaube ich, bei Rewe. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es nur auf Social Media gesehen. Das jetzt ganze Kühlschränke gibt und Hackfleisch ist Halal, das ist Fleisch, das ist Fleisch, das ist Halal. Die Frage ist natürlich die Definition von Halal. Das ist das Problem. Das ist natürlich die Frage. Ich rede jetzt wieder aus unserem Blickwinkel. Unser Blickwinkel, so wie ich das für mich aufnehme und auch, sag ich mal, der Gelehrte oder der Scheich oder der, mit dem ich das mache, wie er das aufnimmt. Bei uns fängt das natürlich bei der Aufzucht an, was kriegt das Tier zu essen, etc. Und es muss natürlich nicht leiden, während es stirbt. Und diese Art von Schlachtung kann man in Deutschland nicht ausführen. Hier in Deutschland kannst du das Tier nur quälen. Warum? Hier in Deutschland muss das Tier vorher betäubt werden. Das heißt, du knallst in einen Bolzen in den Kopf. Und ich habe mir das öfters angeguckt. Das Tier kommt rein, das ist so eine Schleuse. Das ist wie so Fließbandarbeit. Das kommt rein. Wenn dieser Schlachthof Geld zur Verfügung hat, haben die ein Gerät, was dann den Kopf fixiert. Aber vorne kann das immer noch so machen. Das kann ich perfekt fixieren. Es kommt darauf an, wenn die gut ausgestattet sind, haben die das. Wenn die noch besser ausgestattet sind. Ich habe es noch nie gesehen, dass der Kopf komplett fixiert ist. Außer bei einer Schächtung. Das erzähle ich danach. Auf jeden Fall. Die kommen ja dann. Wie so eine Straße. Die Rinder werden erstmal getrieben. Hektik bricht aus. Schreierei. Die Tiere werden nervös. Die werden natürlich immer hinten geschlagen. Dass es immer weiter geht. Du musst dir jetzt alle zugucken, damit ihr euer Fleisch bei Aldi für so und so viel Euro. Muss es schnell gehen. Muss es Fließbandarbeit sein. Und da gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Die werden gemästet erstmal, dass sie schnell groß werden. Und dann werden die geschlachtet. Sowieso nicht das beste Fleisch. Nein, nein, sowieso nicht. Auf jeden Fall, Bruder, dann kommen die dann, werden die so in diese Schleuse. Da geht das rein. Dann ist der Typ da oben. Also wenn die gut ausgestattet sind. Ich habe sogar Schlachthöfe. Die haben das nicht. Also die haben nicht diese Dings. Bruder, dann ist er mit diesen Bolzen wiegt. Das ist nicht leicht. Hast du schon mal geschossen? Hast du mal mit dem Großkaliber geschossen? Nein, schon nicht. Okay, das ist schon schwer. Ja. Aber das ist, Bruder, da brauchst du richtig Power. Und er macht das ja den ganzen Tag. Dann fixiert er und dann schießt er. Bamm. Wo trifft er? Hier. Wie, von oben schießt er? Das ist eine gute Frage. Wo trifft er? Das ist eine gute Frage. Weil wenn der nicht trifft. Ja. Und das ist hier, fängt das Tier an zu leiden. Und bis das dann dahin kommt, wo es dann geschächtet wird. Dann ist es ganz halt am leiden. Genau. Und jetzt muss man, jetzt musst du überlegen, das andere Schächte, also das richtige Schächte und deswegen wird es auch nicht erlaubt, weil das viel mehr Aufwand ist. Das kostet viel mehr Zeit und dadurch wird natürlich das Fleisch viel teurer. Da kann man das nicht anbieten. Dann müssen natürlich die großen Westfleisch, Tönniesfleisch und wie die alle heißen, gönn ich. Das muss so laufen. Deswegen ist natürlich auch die Propagandamaschine und auch die Art, warum man so schlachten soll. Man muss halt immer dahinter gucken, okay, wer steckt wirklich dahinter. Welche Lobby steckt dahinter oder welche? Genau. Meistens ist es selber die Fleischlobby, die gegen diese Schächtungart hetzt. Ja. Art von Schlachtung, die Schächtung hetzt. Warum? Weil wenn alle erkennen und Deutschland sagt, ne, ab jetzt wird jedes Tier so geschlachtet. Einzel reinholen, beruhigen. Dann das Fleisch bezahlbar. Einzel reinholen, beruhigen, schlachten, ohne dass das andere Tier das sieht. Ja. Dann weg, alles sauber machen. Dann kommt das nächste rein. Niemals machen die das. Tja, dann weißt du schon mal, wer dahinter steckt. Auf jeden Fall, genau, das ist so die Art, wie heutzutage geschlachtet wird, ne, bei Rindern, ne. So, Bolzen rein, geht weiter. Und was, wenn der, du sagst, meinst du, ist der Bolzen oft für, für, also. Du musst ja in die Lage des Menschen versetzen, ne. Der arbeitet zehn Stunden. Der macht ja nichts anderes. Der hält dieses Ding und schießt. Boom. Rinder sind groß, Rinder sind klein, Rinder sind, eine wackelt mehr, eine wackelt weniger. Der wird schwach. Dann komme ich gleich auf eine, eine Geschichte, also auf eine, was ich selber gesehen habe. Wo war, also, genau, das war jetzt, das ist so, wie in Deutschland erlaubt ist zu schlachten. Das, äh, Schächten ist in drei Ländern noch erlaubt. In Europa. In Europa, in Europa, in Polen, in Nord-, in Irland, Nordirland und in der Britannien, Frankreich. Also nur ein Teil von Frankreich. Genau. Da ist es erlaubt. Ich habe gehört, dass jetzt vor kurzem auch wieder ein kleiner Teil in Holland erlaubt ist. Das weiß ich aber nicht, dass wir da hören sagen. Ja. Aber die drei weiß ich. Wir sind auch überall hingefahren. Warst du in Nordirland? Nordirland oder Irland? Ja? Sicher in Nordirland, aber in Nordirland glaube ich England. Nee, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genau. Auf jeden Fall irgendwo da. Auf jeden Fall, nee, ich war nicht da. Wir waren in Frankreich und wir waren in Polen. Warum? Weil wir dann in Polen schon gesehen haben, okay, das passt, das ist gut. Und Slowenien waren wir, Balkanbereich waren wir. Und wisst ihr, dass in Slowenien ist auch nicht erlaubt? Nein, nein, aber alle behaupten halt, es ist erlaubt. Ja. Bis man dann da ist. Vieles mit Halal-Zertifikat, was verkauft wird, kommt halt von da und jeder sagt, wir schlachten nach den und den Vorgaben. Und wir sind ja immer solche Leute, also ich, was heißt wir, ich sage oder wir sagen immer, okay, kein Problem, wir kommen vorbei. Dann sind die erstmal überrascht. Dann sagen die, fangen die an mit, ja, einer kam ja einmal mit Betriebsgeheimnis. Und Muslim, ne, sag ich, die Suna des Propheten ist klar. Da gibt es nichts Betriebsgeheimnis. Da gibt es nur Schlagadern durch und Hals durch und fertig. Ja, was wissen wir jetzt? Mit allem Mal, ja. Ja, dann wissen wir, okay, der hat irgendwas zu verstecken, dann ist er bei uns direkt raus. Also wir müssen dabei sein bei der Schlachtung, wir müssen... Wir wollen das sehen. Die Audits, also das Auditieren, was eigentlich dann einer, der dann den Betrieb als Halal erklärt macht, wollen wir gerne, also machen wir... Selber durchgehen. Genau. Weil die Verantwortung ist einfach zu groß. Auf jeden Fall, da wird es noch gemacht. Wir haben uns auch überall alles angeguckt. Bis heute muss ich sagen, dass Polen die absolute Nummer eins ist. Die machen es auch, Halal. Ja, von Sauberkeit, von... Also es sind Muslime, die es machen, ne? Ich sage nur, im Land. Die Mitarbeiter sind Muslime. Ja, die das machen, sind Muslime. Und die Besitzer sind dann... Polen bestimmt. Polen, ja. Die wollten es auch verbieten. Darf ich fragen, was für Landsleute das sind, diese Muslime? Dagestan, Tschetschenen, das sind hauptsächlich die, Nordafrika, Marokko, Tunesien, Algerien. Die sind auch da. Die sind auch da, ja, ja. Wir empfehlen euch, nach der und der Schlachtung, bitte dieses Gesetz einführen. Aber entscheidet hier, ihr könnt machen wie ihr wollt, kein Problem. Aber ihr wisst Bescheid. Polen hat zum Beispiel gesagt, ne, interessiert uns. Deswegen ist auch Polen so, die letzten Jahre. Du bist ja sowieso Polen-Fan. Du bist ja sowieso Deutschland überholt. Ich habe ja Polen gesehen. Meiner Meinung nach, Polen hat schon lange Deutschland überholt. Ja, sowieso alle Waschmaschinen werden da zusammengebaut und so weiter. Bruder, lange hat Polen schon Deutschland überholt. Ich war ja da, Bruder, das ist unglaublich. Die Leute denken noch, Polen von früher. Bald geht der Deutsche nach Polen, wie damals die Polen zu uns arbeiten gekommen ist. Handwerk und so, ja, hol einen Polen, der macht das für dich. Wird der Deutsche bald dahin gehen und für die arbeiten. Hör auf meine Worte. Auf jeden Fall waren wir dann in Polen. Und Polen muss sich ja vorstellen, der Schlachthof zum Beispiel schlachtet für ganz Saudi-Arabien, für ganz Katar, für ganze UAE, für das ganze Land. Für die ganze Land, ja. Genau, das ist dieser Schlachthof. Und Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung respektieren die Art von Schlachtung. Mehr als, was ich gesehen habe, sogar der ein oder andere Muslim. Ja. Die sind richtig straight. Die achten richtig da drauf. Richtig, Bruder. Und dann, weil die wissen aber auch, wenn einmal dieses Vertrauen weg ist. Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Auf jeden Fall, die haben ja auch natürlich auch, die Fleischindustrie hat dann gemerkt, okay, wenn wir Fleisch für 10 Euro verkaufen und wir knallen einen Hallel-Stempel drauf, können wir die für 15 Euro verkaufen. Dann, ab dann ist es ein Business geworden. Das ist ein Business geworden. Genau, dann ruft man natürlich irgendjemanden an, der angeblich einen Hallel-Audit vollzieht und dann den Stempel gibt. Irgendwann mal sagen die zu dem... Weißt du, dass einmal zu mir jemand gekommen ist? Einmal mal. Der kam zu mir, der war aus der Fitnessindustrie, der hat für so eine große von diesen Fitnessmarken gearbeitet damals. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, aber es ist eine Bekannte damals gewesen. und der kam zu mir, hat zu mir gesagt, wie sieht es aus, kennst du jemanden, der Hallel-Zertifiziert? Ich kenne Leute, die vertrauenswürdig sind, die das machen und so. Die das auch wirklich richtig machen, ne? Wie ich persönlich kenne. Er meinte, ja, aber ich meinte, aber da musst du mit den Terminen ausmachen, die kommen dann zu euch und so weiter. Wie, die kommen dann zu euch? Er meinte, ja, ich will jemanden haben, der mir einfach gibt. Ja. Für Geld, weißt du? Und das ist das, was leider der Unfug, der mit diesen Zertifikaten betrieben wird. Wo alle immer denken, Zertifikat, Zertifikat, damit wird leider viel Unfug betrieben. Ja. Das heißt nicht, dass wir sagen, alle Zertifikate sind schlecht und so weiter. Nein, nein, nein. Wir wollen nur sagen, dass es eine Türöffner ist für... Genau, weil wir machen dir das. Da kommt jemand, der prüft einmal, der prüft zweimal. Beim dritten Mal sagen dir, guck mal, bleib da. Stempel ab. Du weißt doch schon, wie das hier ist. Und dann fängt an... Spielerei, ne? Spielerei, genau. Weil, Bruder, wenn du siehst, ein Zertifikat aus Malaysia. Wie oft soll denn dieser Scheich kommen? Ja. Wie oft soll der einfliegen? Verstehst du? Das funktioniert gar nicht. Auf jeden Fall... Genau. Und dadurch ist natürlich dieser Hallermarkt zu groß geworden. Also jetzt mittlerweile alles Fleisch, was aus Südamerika kommt, ist so Hallelstempel. Kurbe, Fleisch aus Japan, ist so Hallelstempel. Alles ist jetzt plötzlich Hallel. So, da müssen wir gleich... Oder wir stellen... Nein, jetzt stelle ich gleich die Frage. Auf jeden Fall, in Polen wird natürlich so geschlachtet, wie ich dir das beschrieben habe. Was ist aber auch interessant, ja? Was interessant ist aber auch, auch wenn jetzt ein Pole das machen würde, die sind ja auch katholisch, christlich. Das sind Fragen, die ich gleich an dich habe. Nicht vorwegnehmen. Ich mache den praktischen Teil und den wirtschaftlichen Teil und du machst gleich den islamisch-theoretischen Teil. Okay. Auch weil die Tiere kommen rein, also einzeln, da kommen die in so eine Tonne, ist das auch Stahl. Dann wird die fixiert, dann wird die umgedreht und dann wird der Hals so... Und dann kannst du auch mit dem Messer einmal so schneiden. Und sie haben das technisch auch perfekt gemacht? Super, Bruder. Machst du alles sauber, das Ding geht auf, das Tier fällt raus, also was heißt fällt raus, wird dann hochgezogen und geht dann in den zweiten Raum, der zu ist, wo es dann erst mal ausblutet und erlegt wird. Die haben das also perfekt so... Super, Bruder. So hingekriegt. Habe ich hier in Deutschland nicht gesehen, auch international nicht gesehen, wie das da läuft. Ja, und dann habe ich, jetzt kommen wir zu dem Slowenien-Ding, dann, man kennt ja viele Leute und die Leute werben uns an und sagen hier, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, es geht nicht in Slowenien, keine Chance. Doch, es geht. Geht nicht, doch, es geht nicht. Okay, ich komme. Kein Problem. Ich gucke mir das an. Ich fliege daheim, Bruder. Ich komme in den Schlachthof rein und wir stehen jetzt vorne, da ist so ein kleines Fenster und du kannst dann praktisch reingucken in den Schlachthof, ne? Und ich warte fünf Minuten, zehn Minuten, elf Minuten und danach sage ich, ey, ich muss da rein. Der so, nee, nee, Wineterraimt ist da. Geht nicht. Sag mal, ich bin doch nicht aus Deutschland hier hingeflogen. Nur, da bin ich hier aus durch den Fenster. Ich sehe doch nichts von hier. Du musst mich da, und dann habe ich den, der dem Schlacht, also derjenige, der mich praktisch mit mir Business machen wollte, habe ich den angeguckt. Sag immer, ich muss da rein. Ich werde da reingehen. Hat er mit denen auf Slowenisch geredet und haben gesagt, ja, warte, zehn Minuten, dann kannst du reingehen. Und da war ein Imam mit denen. Der hat uns vorher gesagt, alles, hundert Prozent und das wird so gemacht und so. Aus von dort oder wo? Ich stehe halt vor diesem Fenster und sage, ich muss da rein. Dann hatten die auch einen Imam da. Also der Halal-zertifiziert war da von denen, der das ja auch gesagt hat, dass sie das so machen. Und dann habe ich auch zu denen gesagt, ich muss rein. Dann hat er gesagt, ja, okay. Und ich habe dann nochmal versucht zu erklären, immer ist das auch Halal, die Art Halal, die wir halt bevorzugen oder die für uns richtig ist. Und er meinte, ja, ja, so und so und so. Irgendwann bin ich reingegangen, Bruder, ich gehe durch diesen Schlachthof. Dann höre ich hinten, bumm, bumm. Dann gucke ich um die Ecke, Bruder, ist er am Bolzen. Boah, ich gucke, ich sage, ich gucke den Freund mit mir an, der mit mir da war, ich gucke den an, der guckt mich an. Ich sage, dafür sind wir doch nicht hier hingekommen. Ich sage, haben wir doch schon in Deutschland, habe ich ihm gesagt, dass sie das machen. Die haben mir nein gesagt, Bruder. Warum haben die nein gesagt? Weil die dachten, dass du nicht reinguckst. Ja, aber die wollten ja nicht, dass ich reingehen. Und dann beobachte ich das, wie der Bolzt. Das Problem, wir sagen immer, der Bolzen ist, weiß ich nicht, hat eine Stärke von so und so. Ich kenne mich jetzt mit dem Bolzen rein, allein nicht aus. Aber ich habe da auch zwischendurch Tiere gesehen, die einfach kleiner waren, die nicht so viel gewogen haben. Das heißt, wenn das Ding auf einem 800, 900 Kilo oder 700 Kilo Rind ausgelegt ist, ist meiner Meinung nach, dass wenn das ein kleineres Tier war, kann sein, dass es gestorben ist dabei. Wie tief geht dieser Bolzen? Das ist das, was ich mich frage. Aber ich habe, also das, was ich gesehen habe, also ich glaube, ich weiß es nicht 100 Prozent, das ist nur, was ich gesehen habe mit meinen Augen, ich habe das jetzt nicht recherchiert, glaube ich, dass das Tier, das ein oder das andere Tier, das nicht überlebt hat. Man sagt auch, dass manche sterben dabei. Genau. Auch beim Elektrostock, beim Schaf. Ich habe da nicht geguckt jetzt. Ich habe auch jetzt meine ganzen Leute angerufen und gefragt. Das ist nur, was ich mit meinen Augen gesehen habe und befürchte, dass das so war. Und dann erkläre ich das dir, diesen Halal-Zertifizierer, der sagt einmal, das geht nicht und so und so, dann hat er mir aus der, wirklich wie aus der Pistole, aus der Tasche eine Fatwa rausgebracht und hat gesagt, hier, ich glaube, die war, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe, oder er hat mir gesagt, Medina, so und so und so und so. Und da steht drin, dass wenn das Tier gebolzt wird und zwei Minuten danach lebt, also in den zwei Minuten geschächtet wird, ist Halal. Die Sache ist die, ganz kurz einschubt, die Sache ist die, weil du hast kein totes Tier geschächtet. Das heißt, du hast noch ein lebendiges Tiergeschicht, aber das Mindeste, was das ist, ist, dass es Makro ist. In diesem Moment, wenn das gebolzt oder Elektroschock bekommt. Weißt du, was ich meine? Genau. Und der mit mir dabei war, der ist ja auch wissend. Und dann fing erst mal auf Arabisch die Diskussion. Der eine war, glaube ich, aus Bosnien oder so, der ist ja immer. Und der war aus Marokko. Und die haben sich dann auf Hocharabisch unterhalten. Und das ging richtig ab. Bos? Bos? Bos ist sein Bruder. Okay. Und das ging gut ab, ne? Ja. Der so, da, 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 da. Und dann habe ich das erst mal beruhigt. Ich habe gesagt, ey, mal runter. Ich habe gesagt, guck mal, wir sind nicht hier. Wir sind gar nicht in der Position zu sagen, Halal, nicht Halal, das zählt, das zählt nicht. Weil der war der Meinung, ey, ihr könnt das nicht. Ich habe gesagt, keiner von uns behauptet das. Wenn das nach deiner Vorgabe. Meinung Halal. Halal ist doch okay. Ich habe gesagt, ich habe nur eine Frage an dich. Nur eine Frage. Die Methode, die ich eben beschrieben habe und die Methode, die herläuft. Mit welcher Methode habe ich keine Diskussion? Da sagte er mir, ja klar, mit der Methode, die du ja bevorzugst, sage ich, genau das wollen wir. Wir sind nicht hier, um zu urteilen. Wir sind nicht hier, um etwas für Haram zu erklären. Da haben wir gar keine Befugnis für. Sondern wir wollen für uns, als jemand, der mit Halalfleisch, Halalbürgern Leute bedient, wollen wir einfach keine Diskussion haben. Wir wollen das Beste, was es gibt. Genau. Und das war dann die Tour, war dann lediglich in Slowenien. Umsonst hingeflogen, aber nicht umsonst. Du hast eine Erfahrung gemacht, die auch unbezahlbar ist. Definitiv. Ja. Und das war jetzt die erste Frage, aber die hast du ja gerade schon beantwortet. Genau. Dass wenn das Tier noch lebt, dass man sagt, okay, zumindest das ist makro, weil das ja vorher leidet. Nach meiner Auffassung, nach meiner Auffassung nochmal, also ich bevorzuge die andere Art. Nee, ich esse auch kein, also das esse ich nicht. Aber überall ist der Halalfstempel drauf. Ich weiß, das ist das Problem. Das weiß man ja nicht. Die Leute wissen das gar nicht, weil zum Beispiel einer, der in Deutschland Fleisch verkauft und das aus Deutschland bezieht, ist zu 90% Problem. Wir haben das ja damals selber gemacht. Ja. Mehr kann ich nicht ins Detail gehen, aber wir haben es damals selber gemacht. Genau. So, auf jeden Fall. Und jetzt, wo die Fleischindustrie halt, auch die Fleischindustrie, aber auch die Lebensmittelindustrie das gemerkt hat, führen die halt immer mehr und mehr Halal rein. Wo das Halal herkommt, also wenn die sagen, in Deutschland geschlachtet, ist es nur so möglich, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich weiß, in Deutschland ist es gesetzlich, geht es gar nicht anders. Genau. Auch an Eid kriegst du kein Tier, was nicht mit Strom oder mit Bolzen getäubt wurde. Kurze Frage dazu. Wenn es nur diese Möglichkeit gibt, ist man verpflichtet zu schlachten? An Eid? Ja. Sowieso unter den Rechtsschulen sowieso, ist es überhaupt erstmal Pflicht zu schlachten an Eid oder nicht. Ob es eine Sunna mu'akkada ist, eine Sunna, die man nicht vernachlässigen sollte oder ist es überhaupt erstmal eine Pflicht? Das ist ja erstmal eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Aber Allahu Alem weiß ich nicht, ob man dann noch, wer es verpflichtet ist, wenn es Pflicht ist, das zu machen. Viele sind ja jetzt dahin gegangen, dass sie ins Ausland immer schicken. Was halt da schade ist, ist, dass dann diese Sunna auch stirbt. Dass man nicht mehr schächtet, dass man nicht mehr ein Eid, ein Tier opfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was willst du da machen? Das ist das Problem, diese zwiespaltige Sache. Allahu Alem. Kann ich dir keine Fettur dazu geben, weiß ich echt nicht die Antwort. Jetzt kommen wir zu ein paar islamrechtliche Fragen, die immer wieder aufkommen, immer wieder. Einmal, dieses Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, Juden, Christen. Kann man bei denen das Fleisch essen? Also an sich, wenn er so schächtet wie wir, erst einmal, dann in der Regel schon. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie hat er geschächtet? Hat er jetzt den Namen Allahs erwähnt oder nicht? Weil wir Muslime, wenn wir schlachten, sagen wir ja, Bismillah, Allah, wa akbar. Dann schlachten wir das Tier. Wenn der, wenn Allahs Name erwähnt wird, mit dem Namen Allahs oder wie auch immer, wie wir das sagen oder für Gott oder wie auch immer, dann ist das vielleicht Halal von einem Christen oder Juden. Wird aber der Name von jemand, wird das Tier für jemand anders geschlachtet außer Allah und Allahs Name wird nicht erwähnt, dann ist es uns nicht erlaubt, das zu essen. Wissen wir nicht, ob der Name Allahs erwähnt wird oder wir wissen nicht wie, dann geht es zurück zum Ursprung, dass es Halal ist, weil wir das nicht wissen. Ja, so sagen die Fuqaha, die Gelehrten. Also das heißt. Aber wir müssen jetzt unterscheiden, ist die Person wirklich Christ oder nicht oder ist sie wirklich Jude oder nicht. Dann gibt es. Gewisse Leute, die ich auch persönlich kenne, die essen überall. McDonalds, egal wo, essen die und berufen sich halt auch immer auf diesen Vers in Soled and Maida und berufen sich da drauf und sagen, wir leben in einem christlichen Land und fertig. Genau, es gibt Gelehrte, die das tatsächlich, es gibt einen Teil der Gelehrten, die das erlauben, auf Basis dessen, die sagen, wir leben, wenn du in einem Land lebst, in dem eine christliche Tradition noch herrscht, dann gelten die Leute an sich als Christen noch. Die anderen sagen dann wiederum aber, ja, zwar ist es eine christliche Tradition, aber die Leute sind schon so weit weg vom Christen, die meisten sind Atheisten, die haben gar nicht mehr mit der Religion zu tun, die glauben ja gar nicht mehr an das Christentum, halten sich auch nicht an die Regeln und so weiter oder an das Judentum oder wie auch immer. Allahu Aalem. Es gibt auf jeden Fall, es gibt Gelehrte, die diese Meinung vertreten, ja. Vertreten, unterstützen, okay. Deshalb gebe ich den Leuten immer Tipp, das ist mein Tipp, ist eine Madhab ein Türöffner für diese Sachen, weil dann kannst du nicht rumspielen. Also eine Rechtsschule. Genau. Darüber können wir auch mal eine Folge machen, Rechtsschule Jumper. Gerne. Ich habe vorgestern eine Diskussion gehabt. Gerne, können wir darüber reden. Okay, das heißt, wenn ich in einem christlichen Land lebe, gibt es Gelehrte, die sagen, dann nicht viel fragen, kannst du essen. Genau. Das heißt, diese Menschen, die das tun. Weil ein bisschen laut ist. Genau. Basierend auf diesem Hadith von Aisha. Das heißt, auch diese Art, die diese Sache dann vollziehen, kann man ja dann noch nicht verurteilen. Ja. Aber weißt du, wie interessant ist? Diejenigen, die denken, es ist Haram, trotzdem damit weg sollen, das Essen gehen, weil er sagt, ich will das gerne essen. Und das ist sowieso ganz spannend. Guck mal, sowieso, das ist ja meine Meinung, also meine Denkweise, die ich vertrete, ich persönlich. Ich bin einfach immer da, wo es keine Diskussion gibt. Halas. Da ama yuribuka, ila ma la yuribuka. Ein Hadith vom Prophet, lass das, was dich zweifeln lässt, und nimm das, was dich nicht zweifeln lässt. Warum soll ich? Es gibt heute mittlerweile türkische Restaurants, die man kennt, wo die Leute wissen, wo du Fleisch essen kannst. Es gibt mittlerweile Burgerläden. Drei Hass. Drei Hass, damals mit uns angefangen. Es gibt mittlerweile sogar Leute, die Steak machen. Das gab es früher nicht. Alles. Es gibt mittlerweile alles. Warum machst du diese Tür auf? Ja. Warum? Also da musst du dich doch selber fragen, was stimmt mit mir nicht? Warum gehe ich in Sachen rein, wo diskutiert werden muss? Weil einfach bequem ist und auch, weil man wieder für sich die Wahrheit erkannt hat. Weil man denkt, okay, es ist so. Fertig. Am besten ist diejenigen, ich kritisier zum Beispiel nicht, aber versuch dann nicht deine Meinung aufzuzwingen den anderen. So sagen ich nach dem Motto, nicht jetzt du jetzt, sondern diese Leute, die dann sagen, ja warum isst du dann nicht mit mir hier da und... Bruder, ich esse da nicht einfach. Ich habe persönlich... Du hast mehr zweifelhaft an deiner Meinung als an meiner Meinung. Ich habe persönlich die Diskussion gehabt und das waren, ich sag mal, Brüder, die schon belesen waren, die auch ein bisschen was gelernt haben. Es war jetzt nicht so random, einfach so Jungs, sondern es waren wirklich Leute, die... gesordene Männer. Auch Islamwissen hatten, die haben... Weißt du, wie die reingehauen haben? Bruder, ich habe Salat gegessen. Sowieso bei McDonald's, sowieso nicht essen. Nein, nicht bei McDonald's, das war bei einem... Bei einem anderen Restaurant. Ja, nordamerikanischen, südamerikanischen Restaurant. Mach' Allah. Bruder, ich habe Salat gegessen und diese Kräuterbrot. Ja. Und die haben reingehauen, Bruder. Da gibt es ja diese... Es gibt ja diese... Es gibt so einen grünen... So einen runden Zettel da in diesen Restaurants. Da kannst du auf grün und rot. Ja. Und grün heißt, der soll die ganze Zeit weiter Fleisch bringen und rot heißt, Chalas, ich bin satt. Weißt du, was die dem gesagt haben? Bringen uns gar nicht diese Dinger, diese Zettel. Nein, Bruder, ich... Noch besser. Die haben gesagt, bring mal einen Nagel und einen Hammer, damit ich ihm im Grün schaue. Keiner auf die Idee komme, das umzudrehen. Auf jeden Fall. Ja, Bruder, ansonsten, Islam rechtlich oder technisch. Und das war die eine Frage. Die andere Frage ist für mich auch sehr wichtig. Wie viel sollte man fragen? Ich gehe jetzt irgendwo rein. Es sind... Also, ich sehe, das sind Muslime. Ja, und da steht Halal zum Beispiel. Nein, es steht zum Beispiel kein Halal, aber es sind Muslime. Ja. Muss ich nach Halal fragen? Wer weiß, dass sie Muslime sind? Es sind Landsleute. Oder man kennt sich oder... Keine Ahnung. Wenn du weißt, dass sie Muslime sind, dann musst du nicht mehr fragen. Ich habe dir in der Moschee beten sehen. Ja, das ist zum Beispiel, dann brauchst du nicht mehr zu fragen. Okay, das heißt, wenn es nachweislich Muslime sind, da kann ich einfach essen. Ja, warum sollen die dann... Ja, weil du gehst ja auch nicht zu einem nach Hause. Ich gehe auch von Muslimen aus, ich gehe auch bei Leuten zu Hause und frage auch nicht, ob das Halal ist. Das wollte ich gerade sagen, aber ich kenne jemanden, der hat sogar gefragt, Bruder. Ich höre dir. Man war mit Leuten bei einem und einer hat wirklich tatsächlich gefragt. Und da war ein... Aber das ist doch beleidigend. Da war ein Wissender dabei, ne? Ich würde nicht sagen, Gelärter, weil das ist jetzt ein großer Begriff. Weißt du, was er zu dem gesagt hat? Ich hätte nie vergessen. Super Spruch, Bruder. Der hat gesagt, guck mal, du bist einer von der Sorte, wenn wir später in Jinnah Ferdows sind, wirst du immer noch noch Halal fragen. Oh Mann. Nee. Also wenn ich weiß, Muslim ist... Okay, ich komme jetzt rein. Okay, nächstes Szenario. Ich komme rein, ich sehe draußen, steht Halal. Döner so und so, Halal. Ist meine Pflicht weiterzufragen? Dann würde ich sagen, Halal. Steht Halal da, nach seiner Definition ist es Halal. Genau. Was würdet ihr denn antworten? Ja, aber was sind jetzt meine Pflichten? Aber es ist mir schon passiert, dass ich reingegangen bin, weil ich irgendwie... Überall steht ja Halal dann meistens. Dann habe ich die Person gefragt, einfach so, weil ich irgendwie... Irgendwas hat in mir gejuckt jetzt, ne? Habe ich gefragt, hat mir ein Mitarbeiter gesagt, Bruder, der hat nur Kartons mit Halal draufstehen, aber ich kann dir das nicht garantieren, weil ich zweifle das an und so weiter und so. Hat er mir gesagt. Ja. Halal, Allahu Alem, weißt du... Wir reden jetzt nicht von den Indizien. Du kommst rein, die verkaufen Alkohol. Ja. Du kommst rein, du siehst schon an den Leuten. Das meine ich gar nicht. Du gehst rein, normaler Laden, ich will jetzt nur... Was ist meine Pflicht? Reicht das, wenn der mir Halal sagt? Oder muss ich den jetzt fragen, okay, woher? Zeig mal Zertifikat. Dann guckst du Zertifikat. Die meisten können eh nichts damit anfangen. Wie weit würdest du denn fragen? Er selber vielleicht, ich weiß ja auch gar nicht. Er war doch gar nicht auf dem Schlachthof, wie du sagst. Er war da ja und er holt das Zertifikat, gibt er das Zertifikat. Nein, aber ich sag, was ist die Pflicht? Reicht das, wenn der mir Halal sagt? Was ist meine Pflicht? Aber wie weit willst du denn fragen dann? Nein, aber das ist meine Pflicht. Zum Beispiel, ich komme rein, der sieht, verkauft Alkohol, sagt mir, es ist Halal. Ist das für mich ein K.O.-Kriterium? Also für mich persönlich schon, aber ich meine jetzt... Allahu Alam, ich denke, kann man nicht sagen. Aber er ist nicht mehr vertrauenswürdig, seine Aussage, ne? In dem Moment. Allahu Alam. Okay, ich komme aber irgendwo rein. Ich würde es nicht essen, aber... Okay, das ist kein Fatwa. Genau, ich auch nicht. Aber das ist die wichtigste Frage. Die hast du eben schon beantwortet, aber ich will sie jetzt nochmal klar machen. Ich komme irgendwo rein. Und da steht einer, der ist Muslim. Das weiß man einfach. Vielleicht sogar in der Öffentlichkeit. Und redet da drüber. Vielleicht steht dahinter Halal. Und macht elf Jahre nichts anderes. Was ist mit den Leuten, die immer noch danach fragen? Was ist mit denen sein? Die sind halt stur. Was soll ich denn sagen? Das Problem ist... Ja, das ist auch ein Problem anzweifeln als Muslimsaussage, ne? Jetzt hier. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch die Überlieferung. Es gibt eine Überlieferung vom Propheten, der sagt, wenn du halt was zu dir nimmst, was nicht halal ist, werden 40 Tage deine... Genau, dass dein, nicht 40 Tage, aber dass dein, also dass die Folgen von Haram essen ist, dass deine Dua nicht angenommen wird. Der Hadith ist dieser Hadith, der bekannt ist, derjenige, der auf Reise ist, sein Haar ist zerzaust, er hebt seine Hände und, oh Allah, bittet und sagt, und dann sagt der Prophet, sein Mat'am, U-Haram, U-Mashar, U-Haram, U-Malbis-U-Haram, Anna yustajabu li dhalik, sein Essen, sein Trinken, seine Kleidung ist Haram, soll etwa diesem sein Dua angenommen werden. Also die Folgen von Haram zu essen, ist die Gefahr, dass seine Dua nicht angenommen wird. Oder Haram nicht essen, sondern Haram zu konsumieren. Konsumieren, genau. Ja gut, also ich, wenn du noch Fragen hast, ich kann nur aus anderem Blickwinkel dir alles erklären. Du hast super, super auf jeden Fall geantwortet. Also wir sind so, du weißt ja damals, damit ich das auch abschließen, also wir sind so, oder ich bin so weit gegangen damals, wo ich will gar keine Diskussion haben, als ich herausgefunden habe, dass im Brot eine Aminosäure drin ist, die aus Menschenhaar damals gewonnen wurde und spät ab 2003 aus Schweineborsten, habe ich gesagt, das will ich auch nicht da drin haben. Das ist mehr Aufwand. Sogar da ist... Nein, nein, das erkläre ich jetzt. Da kenne ich mich auch. Das ist mehr Aufwand. Ich will jetzt mal den Hintergrund. Mehr Aufwand. Nicht jeder Bäcker macht das, der sagt, ey, warum soll ich das machen? Weil diese Aminosäure sorgt dafür, dass die Teigmaschine schneller kneten kann. Also es ist keine Zutat. Es ist in jedem Brot. Egal, was du isst, ist das damit... Weil es geht nur um die, dass die Teigmaschine schneller kneten kann. Und sogar da, Bruder, haben wir gesagt, nee, das muss raus. Was heißt das am Ende? Brot ist teurer, weil der hat mehr Aufwand, Kopfschmerzen. Weil damals warst du ja auch noch klein. Du konntest ja nicht so Ansprüche stellen in die Industrie. Alhamdulillah, das hat sich mit der Zeit ein bisschen geändert. Und sogar da, Bruder, und dann kannst du dir nochmal vorstellen, wie penibel wir bei Fleisch sind. Und trotzdem gibt es Leute, die immer noch fragen und wir beantworten. Mehr können wir auch nicht machen. Ja. Weißt du, wir können mehr nicht machen. Und wir wollten einfach damals den Bedarf im Markt decken. Jetzt seit elf Jahren. Jetzt kannst du in jeder Stadt gibt es Hallel-Bürgerläden. Einfach mal darüber freuen. Trotzdem sollte man nicht naiv sein. Trotzdem sollte man nicht... Genau. Genau. Also... Vielen Dank auf jeden Fall. Value of the day ist... Value of the day ist... Achtet auf jeden Fall darauf, was ihr esst. Aber übertreibt es nicht so, dass es schon zu einem Wahn wird. Also, dass man so hinterfragt, dass man West-West bekommt Einflüchterungen. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Paranoid wird. Paranoid wird. Oh und der, oh nein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Liken, abonnieren, teilen und liken und verbreiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.